Hallo, hier ist der Robin von Sportkodex und in unserem heutigen Trainingsimpulse Video geht es um eine Übung, die Leben retten kann. Wenn man sie kann, ist sie lächerlich, aber wenn man sie nicht kann, kann sie wirklich lebensbedrohlich sein, kann es lebensbedrohlich sein, wenn man sie nicht ausführen kann. Und kurz vorweg, eine der Hauptgründe, warum ältere Menschen in ein Altersheim kommen, ist der, dass sie es nicht mehr schaffen, vom Boden aufstehen zu können. Da fehlt es an der Mobilität, da fehlt es an der Stabilität und da fehlt es natürlich an der Kraft. Und wenn wir es ganz einfach machen wollen, ab sofort jeden Tag einfach einmal komplett auf dem Boden absitzen und wieder aufstehen. Das wäre schon eine spitzenmäßige Übung. Aber eine meiner Lieblingsübungen ist wie folgendermaßen. Du kommst in die Kniestandposition und damit das alles ein bisschen angenehmer ist, darfst du dir gerne ein Kissen unter die Knie legen. Wenn ich deinen Oberkörper, wenn ich nur deinen Oberkörper sehen würde, könnte ich nicht feststellen, dass die Beine sich bewegen. So stabil soll der Oberkörper sein. Was ich sehen will, Bein vorstellen, aufstehen. Gleiches Bein zurück, sauber absetzen, stabil bleiben. Andere Seite. Bein vorstellen, aufstehen, aufstehen, gleiches Bein zurück und absetzen. Was ich nicht sehen will, es soll stabil und koordiniert aussehen. Vom Zeitpunkt, wo der Fuß den Boden verlässt, bis zum Stand und zurück, bis beide Knie wieder auf dem Kissen sind. Viel Spaß beim Ausprobieren.